Ja? Wer stört? Ja bitte was? Ich dachte meine Anweisungen wären klar. Also so ein hirnamputierter Kretin. Für was bezahle ich es überhaupt? Also ich glaube ich spinn. Also nur unbeholfen Idioten überall. Langsam unbeholfen. Ich drücke mich klar aus und keiner ist und überhaupt groß. Was machen sie da? Sitzen rum? Für Hobbys werden sie auch nicht bezahlt? Podcast? Oh nein. Wir sind mitten im Thema. Unser Thema ist nämlich heute Choleriker und wie gehe ich damit um? An meiner Seite Christian Heimüller. Ich weiß nicht, ob er den Choleriker jetzt einfach nur so gespielt hat oder ob er das ernst meint. Meinst du das ernst? Was sitze ich hier um? Nein. Nein, nein. Weil ich kann das nämlich genauso. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht diese Thematik. Was ich schon immer mal, also sagen. Ich wollte dir das auch schon sagen. Jetzt kennen wir uns schon so lange und machen hier Podcast zusammen und immer wieder das Gleiche. Mir reicht's. Sie kann es viel besser. Ich kann es wirklich gut. Ich weiß. So, also das war der Einstieg in dieses Thema. Ich habe gerade den Titel schon gesagt. Choleriker und wie gehe ich damit um? Es ist nämlich nicht leicht. Wirklich nicht. Also falls Sie uns noch nicht gehört haben und denken, was sind denn das für merkwürdige Figuren hier? Christian Heimüller, unser Dozent des ZFN, also nicht nur unser Dozenten, einer unserer Dozenten natürlich, unser Dozent für unsere Naturheilkunde, Grundausbildung unter anderem. Aber auf die kommen wir jetzt nämlich zu sprechen. Mein Name ist Julia Groß, Fachbereichsleiterin und Podcastleiterin und ja, und sonst so. Und überhaupt. Sonst leite ich nichts. Hauptmoderatorin Podcast, so würde ich mal sagen. Genau. Führt uns durchs Programm. Also genau, ich führe Sie hier ein bisschen durchs Programm und ich weiß, bei diesem Thema fällt es mir sehr schwer, meine Emotionen im Griff zu halten. Denn ja, es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Wir sind darauf gekommen, aufgrund der Naturheilkunde Grundausbildung. Da geht es nämlich um die verschiedenen Typen. Wie heißen die jetzt nochmal ganz genau? Also jetzt nicht nur die Temperamente. Temperamente ist der Überbegriff. Jeder Choleriker, schon mal gehört vielleicht, schon mal gesehen, vielleicht zufällig vor kurzem. Naja, Choleriker, Psychiatiker, Sanguiniker und natürlich der Melancholiker. Wir kennen es aus dem Sprachgebrauch zum Teil, aber da steckt natürlich viel mehr dahinter. Genau. Da steckt einiges dahinter. Und ich weiß, dass wenn du deine Ausbildung machst, das ist für mich nämlich immer der spannendste Bereich. Also zu gucken, wie sind die Temperamente, was sind die Charaktereigenschaften und dann immer zu überlegen, oh, was bin denn ich? Bin ich vielleicht ein Melancholiker? Und dann kannst du, nee, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht auch eher so der Phlegmatiker, wenn ich morgens keine Lust habe, Joggen zu gehen. Aber dann kommt doch ab und zu mal raus, dass so ein kleiner Choleriker schon bei uns schlummert. Also jedenfalls in uns beiden ein bisschen. Manchmal. Manchmal. Und jedenfalls fand ich diese Thematik dann natürlich sehr spannend, da ja auch mein Umfeld auch manchmal ein bisschen teilhaben darf an meinen kleinen kreativen Ausbrüchen, wenn dann vielleicht mal Brotzeitdosen geworfen werden. Also das mache ich aber eher zu Hause. Da muss ich eine kleine Anekdote kurz zu erzählen zum Wesen des Cholerikers. Ich bin ja, was so die Endverarbeitung der Nahrungsmittel angeht, nicht so sonderlich bewandert. Gebe mir aber insofern extrem viel Mühe, was Brotzeiten angeht. Und mache die wirklich wunderschön. Also gebe da wirklich mein Herzblut rein mit Salatblättern, selbstgebackenem Brot und einem Tralafiti. Und wenn dann auf einmal das Mehl vielleicht etwas zu dunkel ist und dann Beschwerden kommen, dann raste ich völlig aus. Dann fliegt eben diese Brotzeitdose quer durch die Wohnung und ich kriege einen totalen Anfall. Das Schöne ist aber, es ist nach 30 Sekunden wieder vorbei. Und das ist das Tolle. Das ist nämlich ganz typisch. Und das habe ich jahrelang nicht verstanden, warum das bei anderen nicht so ist. Dass wenn man sich riesig aufregt und denkt so und ich lasse jetzt alles raus und dann ist es sofort wieder gut. Und der Gegenüber sagt auf einmal, nee, bei mir ist aber gar nichts gut. Was du da gesagt hast, ist aber nicht so nett gewesen. Das verstehe ich immer nicht. Und das kriegt man dann jahrelang erzählt, gell? Und vorgehalten. Daran kann man sich doch überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich kann das nie. Nee. Einmal aufgeregt, schon vergessen. Total. Das ist ein bisschen erinnert mich an den Spruch, den die haben die Franzosen beim Autofahren, weil die schimpfen ja immer so viel und dann fragen die Deutschen, ja, ihr schimpft ja ständig beim Autofahren, zeigt den Vogel und so weiter. Dann sagen die, ja, wir schimpfen, aber ihr kriegt Magengeschwüre. In diesem Sinne durchaus eigentlich haben wir da die bessere Wahl, oder? Da hast du recht. Aber wie kam man überhaupt darauf, jetzt mal rein historisch gesehen, wie kommst du da drauf, die Menschen in diese vier Temperamente einzu? Also nicht du jetzt, sondern wahrscheinlich Herr Paracelsus oder der das gemacht hat. Alle immer. Es ist also eine Einteilung der Steinzeitmedizin, könnte man sagen. Wir kennen es natürlich aus der Humoralmedizin, unsere alte Medizin, Hypokates, Galen, auch Paracelsus und Co. haben diese Temperamente benutzt. Aber es ist völlig naheliegend. Also wenn man sich vorstellt, man fällt auf die Erde als erster Mensch, dann schaut man sich um. Was sieht man? Es geht morgens die Sonne auf, dann steht sie im Zenit, dann geht sie unter und dann ist Mitternacht. Es gibt vier Tageszeiten. Dann schaut man sich die Jahreszeiten an. Auch wieder vier. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es gibt die vier Himmelsrichtungen. Es gibt alles sozusagen im Viererpack. Und so haben es dann halt die, ja, die Naturbetrachter immer genommen als Grundkategorisierung. Und diese Qualitäten, also zum Beispiel der Sommer, der Mittag, der ist heiß, das ist feurig. Und genauso haben sie es zugeordnet im Feuerelement. Und wer vom Feuerelement dominiert wird, den nannten sie dann halt zumindest hier in unserem abendländischen System Cholerica. Cholerica kommt doch irgendwie, hat das mit Kohle zu tun? Mit Kohle? Also mit Kohle, das Feuer, das verbrennt alles. Ja, manchmal in den Texten liest man auch die Cholera. Damit ist jetzt nicht der Brechdurchfall gemeint, sondern das ist die sogenannte im Deutschen dann gelbe Galle, xante Kohle. So wie Melankohle ist die schwarze Kohle, äh, Galle. Ha, was sag ich denn? Ich bin auch so im Problem. Also, scheißdreck her. Nein, das wäre was anderes. Krankheitsbild. Scheißdreck wäre ein Krankheitsbild. Ja, da gibt es doch die, die unbewusst über alles Schimpfen und Fluchen. Das sieht immer aus, als wären es Cholerica. Nein, das ist dann ein neurologisches Ding. Das ist doch das Tourette-Syndrom, meinst du. Ja, genau. Cholerica, äh, auch wenn es so genau gleich ausschaut, manchmal haben kein Tourette-Syndrom. Das ist einfach nur eine angemessene Reaktion, wahrscheinlich auf ihre allzu begriffsstutzige, langsame, unbeholfene Umwelt. Das ist jetzt aber wirklich aus Sicht eines Cholericas gesagt. Also nicht aus der Sicht eines... Gleich vorweg, wenn man nicht weiß, ob man es mit einem Cholerica zu tun hat, dann muss man ganz unschuldig fragen, sagen Sie mal, kennen Sie das? Finden Sie nicht auch, dass alle Menschen irgendwie so unbegreiflich langsam und unbeholfen sind? Und der Cholerica wird dankbar sagen, ja, ja genau, endlich einer, der das auch feststellt. Also, das ist das Einfachste, um festzustellen, hat man es mit einem Cholerica zu tun? Die halten immer alle für wahnsinnig langsam und unbeholfen. Ganz krass. Das heißt, wie arbeite ich denn am besten? Wenn ich jetzt das mit einem Cholerica zu tun habe und möchte aber mit ihm auch weiter zusammen sein bzw. zusammen arbeiten, wie kann ich denn mit ihm am besten umgehen? Oder welche Typen passen überhaupt zusammen? Ist das gut, wenn zwei Cholerica zusammenkommen? Weil das ist ja dann hier Feuerwerk der Emotionen. Ja, das kommt drauf an wahrscheinlich, welches Prinzip man bevorzugt. Das der maximalen Wirksamkeit oder eines der Harmonie und des Ausgleichs. Also, will man Dinge vorwärts bringen, dann packt man am besten Haufen Cholerica zusammen. Also, dann wird es sehr schnell wahrscheinlich sehr rücksichtslos, förmlich, blutig vorwärts getrieben. Also, da zählt ja nicht persönliches Befinden und Animositäten im Zwischenmenschlichen. Das ist alles wurscht. Es zählt nur das Ziel und Fakten, Fakten, Fakten. Also, soll es wirklich effizient, zügig einfach dem Ziel entgegengebracht werden. Dann packst du Cholerica auf einen Haufen. Wenn das Ganze aber sowas wie ein Team sein soll, dann brauchst du einen ausgleichenden Faktor. Das ist wie beim Essen. Wenn man nur hitzige Sachen, feurige, also schön schwarzen Pfeffer, dann noch ein paar Chilis und, 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 Zwiebeln drauf und das dann isst, dann raucht es und dampft es aus den Ohren raus, ist vielleicht gar nicht so die gute Idee. Besser wäre es, wie die Alten gesagt haben, zu temperieren. Also, wenn etwas sehr feuriges in den Salat reinkommt, dass man vielleicht ein bisschen was Kühlendes mit dazu gibt. Also, zum Chili dann ein bisschen Gurke dazu serviert und so im richtigen Leben. In der Arbeitsgruppe, aber griechischer Salat, da findet man es doch. Ein bisschen abgemildert, eingelegte Chili und dann ist die Gurke dabei und dann, was wäre es noch? Na ja, förmlich sind sie da alle beieinander, die Typen. Aber ich sage dir, da muss man Chili in Gurke legen. Das heißt, dann nicht Choleriker aufeinander packen, das ist zu extrem. Also, in Ausnahmesituationen vielleicht nützlich, aber im Allgemeinen schlecht. Es geht eben wie vor allem eben in der Medizin immer um das Gleichgewicht, die Harmonie, den Ausgleich. Und insofern hat man ein Choleriker, wäre es nicht schlecht, einen Phlegmatiker draufzupacken. Da wird sich zwar jeder immer und ständig über den anderen mockieren und aufregen, weil die sich erstmal nicht so richtig verstehen, unterschiedliche Gangarten haben, aber sich gegenseitig mäßigen, dass also kein Extrem dabei entsteht. So wäre es wahrscheinlich in dem, der dieser Konstellation das Geschickteste. Wobei man sagen muss, ein Choleriker und da brauchst du wahrscheinlich drei Phlegmatiker als Gegengewicht. Ich glaube, das kommt nochmal auf die Maße an, oder? Weil ich, du hast ja immer gesagt, es gibt eigentlich ganz wenig Reinformen. Also jetzt so den reinen Choleriker. Bei uns, bei uns zumindest. Da gibt es ganz wenige reine Choleriker. Wenn man sich überlegt, man würde jetzt nach Neapel oder Sizilien fahren, da kommen wir alle an als Superphlegmatiker im Vergleich. Schon normales Gespräch unter Eheleuten, das wirkt auf uns wie Blutfäde. Die sind von Natur aus so ein bisschen hitziger. Allesamt sind ja auch mehr im Süden. Insofern Choleriker. Also dort findet man auf jeden Fall sehr viel mehr Choleriker. Also das ist so ein bisschen auch landschaftsbezogen, Klima, Ernährung, was weiß ich. Bei uns sind tatsächlich auffallend viele Phlegmatiker. Das heißt, die Phlegmatiker könnte ich jetzt so ein bisschen befeuern und in die Richtung cholerisch bringen, wenn ich sie auch mit scharfem Essen zum Beispiel etwas stimuliere. Das heißt, die Chili ohne die Gurke und dann ein bisschen Pfeffer im Hintern im wahrsten Sinne des Wortes. Genau so. Hat man früher Diätetik genannt, die Lehre von der Lebensführung. Da ging es halt um Schlafen, Wachen, Bewegen, Ruhen und 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 bis hin zur Ernährung. Und wenn einer vom Wasserelementprinzip so sehr dominiert wird, sodass er eben wenig dynamisch feurig ist, also Phlegmatiker sind Wasserelement dominiert, dann müssen wir halt dem vielen an Wasser ein feuriges entgegensetzen. Und das ist die Ernährung, dass wir halt also nicht so sehr Sahnesößchen und phlegmatische Nahrung ihm anbieten, sondern eben die hitzigen Sachen zum Beispiel. Hitzig, also so wie beim Stubeck, das war ein Ingwer reintun, das gibt am Pfiff. Ja, so. Und außerdem nicht nur bei der Ernährung, auch bei der Lebensführung. Also zum Beispiel mehr Sport. Sport ist Dynamik, Bewegung ist feurig. Also schlafen, ruhen, befeuchtet macht phlegmatisch, Bewegung macht feuriger. Das heißt, wenn ich jetzt als Choleriker, wenn ich einer wäre, was ich ja nicht bin, also jedenfalls nicht so schlimm, hoffe ich, dann wäre es doch eigentlich gut, ich würde jetzt schöne Sahnesoßen essen, ich würde mich nicht so viel bewegen, also Joggen sollte ich mal lieber lassen, schön früh ins Bett gehen, bisschen Fernsehen und dann werde ich, glaube ich, deutlich entspannter. Also wenn ich jetzt, oder wenn ich es jetzt mit einem wirklichen Choleriker zu tun hätte, ich stelle mir jetzt vor, ich hätte einen Partner, der ist Choleriker, wie kriege ich den jetzt so ein bisschen entspannter, dass er vielleicht auch mein entspanntes Niveau runter sinkt? Kann ich mal was kochen? Ja, leckeres Kochen ist immer gut, aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich vorstellen will, wie ein Choleriker vielleicht ist, also vom Typ her, da muss man sich in die Steinzeit zurückversetzen und sich vorstellen, so ein Neandertaler, der legt nicht viel Wert auf so das Drumrum, auf Smalltalk, also ich war jetzt nicht dabei, aber so stelle ich es mir vor, sondern Essen, Essen, Jagen und die wichtigen Sachen im Leben, so Kunst, Kultur und das zwischenmenschliche Gedöns, das braucht man alles nicht, es geht um den Mammut, da vorne steht er und dann gibt es schön Mammuthaxe am Abend. Also diese Ausrichtung, effizient, es geht um Ernährung, es geht um ganz rudimentäre archaische Dinge und so ist ein Choleriker konzipiert, als hätten wir ihn an den Haaren aus irgendeiner Steinzeithöhle rausgeschleift. Insofern, wenn man einen Choleriker dann verführt zu mehr Genuss, zu mehr Ruhe, dann mag er ruhiger werden, aber er wird unzufriedener, weil dafür ist er nicht gebaut. Ein Choleriker ist gemacht für Jagd und Bewegung und was weiß ich, als wenn man einen Choleriker am Schreibtisch festtackert, dann degeneriert er und dann wird er frustriert und dann ist er kein Choleriker mehr, dann wird er zum grießgrämigen Melancholiker. Also ganz einfach ist es nicht, also ihn einfach runterbremsen funktioniert nicht. Ein normaler Choleriker, der muss rumzappeln, der ist, weil Feuer ist Dynamik, der muss was tun, der ist für Bewegung gemacht. Also schon Sport, Bewegung, Joggen, ja, aber eben nicht im Übermaß. Vom Essen her, da kann man halt was reinschummeln, was tatsächlich fligmatisiert und bei der Lebensführung auch darauf achten, dass halt das Extreme wegfällt. Jedes Temperament neigt dazu, seine Eigenarten noch weiter zu übersteigern. Ein Phlegmatiker, der legt sich halt gern aufs Sofa und isst Chips und wird immer phlegmatischer dabei. Ein Choleriker, der arbeitet nur, schläft gar nicht, trinkt Kaffee und und und. Also erhitzt sich immer weiter bis zum Exzess. Da muss man einhaken, die Extreme verhindern. Das heißt nicht zu viel Sport, kein Extremsport ohne Pause und nicht nur Kaffee und überhaupt gar nicht mehr essen und nur noch arbeiten. Also man muss sich ein bisschen ködern, das ist ja wie immer. Mit Speck fängt man Mäuse und so muss man sagen, lieber ehrgeiziger Choleriker, weil sie sind alle ehrgeizig. Es gibt da was, das ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel Bogenschießen. Also jetzt nicht das olympische Bogenschießen, sondern eher so diese orientalische Zen-Abteilung, also japanisch vielleicht oder irgendwas, dass man sagt, es ist nämlich eine schwierige und herausfordernde Angelegenheit, was gar nicht jeder hinkriegt, dass man beim Bogenschießen spannt und da, wo man unter der maximalen Anspannung steht, das gefällt dem Choleriker, maximale Anspannung, Mammuts überall, dass man in diesem Augenblick vollkommen ruhig wird. Also auf die Art und Weise, dass man ihnen was bietet, was ihrer Eigenart gerecht wird und wo sie trotzdem innerhalb dessen lernen können, ruhig brauner. Also dieses Anspannen und dann aber komplett ruhig werden. Yoga und autogenen Training, da kriegt man sie nicht. Die drehen durch. Das kennst du selbst. Ja, also Yoga ist für mich wirklich eine Katastrophe. Also wenn ich da rumliegen muss. Yoga, das müsste man mal finden. In Kolumbien gibt es Speed Salzer und das als Yoga. Das ging. Das wäre bestimmt schön. Ich weiß nicht. Speed Salzer wäre auch was. Ich glaube, da hätte ich auch Lust zu, aber ich kann ja nicht mal Salzer. Also dann könnte ich ja wahrscheinlich nicht mal Speed Salzer. Das kann. Ja, das stimmt. Jetzt hat man ja noch viel Zeit. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, neben dem Choleriker, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt verschiedene Mischformen, gibt es, ich würde so die Häufigkeit dieser Formen interessieren. Also was ist so eigentlich, was läuft bei uns am meisten rum? Am meisten, also von allen Temperamenten laufen tatsächlich am meisten Phlegmatiker rum. Es ist jetzt nichts typisches Deutsches, aber halt so einfach in unserem Kontinentalklima mit der Ernährung und Lebensweise scheint es das zu produzieren mit dem genotypischen Bedienungskomplex dazu. Ansonsten das nächste, würde ich sagen, sind dann Sanguicholeriker. Das heißt eine Mischung zwischen Sanguiniker und Choleriker und es sind eigentlich auch keine echten Choleriker, denn da gibt es jetzt einen fünften Typ, der fällt aus diesem Raster raus. Ich nenne es den Tuberkulinentyp. Der ist eigentlich erfunden als Phlegmatiker, aber eben kein langsamer, träger, dicker Phlegmatiker, sondern dünner, zappliger und eben sanguinischer Phlegmatiker. Das heißt, der ist wie so ein Kind und neugierig und kommunikativ und reist gern alles, was neu, bunt, abwechselnd, aufregend ist. Super, dagegen Disziplin und Rhythmik im Leben, also was, das können die anderen machen. Also so ist ein Sanguiniker, das hat er ganz stark. Das heißt, der ist vom Körper erst mal entworfen als Phlegmatiker, ist aber ein zappliger, dünner Phlegmatiker, der vom Wesen her sanguinisch ist und der bringt dann komischerweise ganz viel oftmals Cholerisches auch mit sich. Galle, Pankreasprobleme, Reizbarkeit, herrisches Wesen. Also diese Choleriker, auf die trifft man hier noch am meisten. So ganz reine Choleriker, die sind wirklich selten. Und dann, dritte Häufigkeit würde ich sagen, sind dann die Melancholiker. Und das sind oftmals dann eben genau diese Tuberkulinen, Sangui, Choleriker, die sich aus- und überzappelt haben und zu erschöpft sind, förmlich ausgebrannt. Und wenn das Feuer zu lange brennt, bleibt die Asche nur noch liegen. Und im alten System wird man sagen, ja Feuer, Dynamik, Action, das ist das Feuerelement Choleriker. Aber Asche entspricht dem Erdelement und Dominanz des Erdelements. Das ist dann die Schwarzgalle, die Melanchole. Also eben die Melancholiker, die hier rumrennen, sind meistens ausgebrannte Sangui-Choleriker, die eigentlich Flechmatiker waren. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich bin auch anders gewünscht, aber so ist es halt da draußen. Und wenn du jetzt in deiner Praxis bist, weil das ist ja das Schöne, du bist ja auch in deiner Praxis, du hast ja auch viele Patienten und du siehst jetzt jemanden kommen. Der kommt jetzt in deine Praxis rein und ist aber so ein völliger Mischfall. Kannst du das, wie schnell findest du sowas raus? Oder wie findest du sowas überhaupt raus? Oder ist es überhaupt wichtig für deine Arbeit zu wissen, was ist das für ein Typ? Ja, natürlich ist es wichtig. Also das ist die grundlegendste Konstellationslehre, diese Vierheit. Und dass bei uns die Vierheit Vier ist und in Asiatischem Fünf ist auch kein Widerspruch, denn bei uns gab es früher auch fünf, nämlich mit dem aristotelischen Äther-Element. Aber es ist es wurscht. Also es ist die grundsätzlichste Konstellationslehre und da gibt es den netten Spruch, Konstellationstherapie ist die halbe Miete. Also es ist wichtig, immer. Man muss auch wissen, wo kommt denn das Ganze her? Was ist der Erdboden, aus dem dieses Unkraus Krankheit, Beschwerden hervorschießt? Also müssen wir das bestimmen, so oder anders. Und das eine ist dann die Theorie. Da gibt es die reinen Typen. Das andere ist die Wirklichkeit. Da gibt es halt nur Mischformen. Aber das ist genau das, wie wenn ich in so eine Kfz-Werkstatt gehe und dann verblüfft zuschau, wie der sich darüber beugt und sagt, gib mir mal einen 13er. Ich weiß kaum, was ein 13er ist. Der meint einen Schraubenschlüssel, glaube ich. Und wie kann er bitte sehen, dass diese Mutter diese Größe hat? Dann sagt er, naja, ich mache es ja auch schon zwei Tage. Und so ist es tatsächlich auch. Also wenn man denn die Typen lang genug rein und raus gehen sieht, dann erkennt man sie auch. Es gibt aber natürlich auch ganz präzise Merkmale. Man kann es an den Beschwerden ablesen. Jeder hat so sein typisches Muster an Beschwerden. Also richtiges pathogenes Raster wie eine Visitenkarte. Jeder hat so seine Vorlieben. Jeder hat seine Gründe, warum er in die Praxis kommt. Ein Choleriker wird nie kommen, weil er krank ist. Weil wenn der krank ist, der hat überhaupt keine Zeit zum krank sein. Das ist was für die Schattenparker. Ein Choleriker, der hat gleich was Gescheites. Also der fährt entweder gleich an die Wand, weil er es so eilig hat oder kriegt halt einen schicken Herzinfarkt, Schlaganfall, wo er halt dann gleich ins Krankenhaus muss. Also in einer Heilpraktikerpraxis wird man nicht so wahnsinnig viele reine Choleriker entdecken, weil die einfach gar keine Zeit haben. So ein Zeug da hier, Krankheit habe ich nicht. Ich habe nur Arbeit und Ziele und überhaupt keine Zeit. Jetzt muss ich aber weitermachen. Wer dann kommt, das sind die ausgebrannten Choleriker, die nicht mehr so energetisch sind. Also die Energie des Feuer lässt nach. Und dann können sie ihre Ziele nicht mehr so gut erreichen. Sie sind nicht so präsent, so merkfähig. Dann kommen sie. Also jeder hat so seine speziellen Gründe, warum er kommt. Und auch daran kann man sie erkennen, will ich damit sagen. Oder auch Ernährungsvorlieben, Hobbys. Das sicherste ist aber bestimmt das Raster in der Autobiografie der typischen Erkrankungsformen. Das ist ja, jeder hat seine Disposition, seine Erkrankungsneigung. Nicht jeder kriegt jede Krankheit gleich leicht. Und an diesen typischen Mustern, Clustern oder Konstellationen kann man es dann erkennen. Außerdem gibt es ja zum Glück dann auch die naturkundlichen Diagnosemethoden, die da wären, zum Beispiel die Irisdiagnose, die Pulsdiagnose. Die Domäne der Augendiagnose, also Irisdiagnose, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes im Augenblick die Konstellation zu bestimmen. Konstellation auch im Sinne des Temperaments. Muss dann nur noch verifiziert werden, ob das auch wirklich so lebt, weil es könnten ja durch die Lebensführung Veränderungen eingetreten sein. Auch am Puls. Es gibt kein zweites naturkundliches oder überhaupt irgendwelches diagnostisches Verfahren, mit dem man so absolut die Temperamentsreaktionslage bestimmen kann im Augenblick. Es ist das einzige Werkzeug, was wirklich absolut die Temperamentslage darlegt. Ja, also das heißt, wir haben da ein breites Spektrum. Abgesehen jetzt von dem Blick für die Dinge, den man sich dann irgendwann mal zuzieht in der Praxis. Das ist dann auch Berufskrankheit. Man sieht einen Mensch, der einem ein Päckchen bringt oder einen umarmen will und man denkt sich, aha, Sanguikolerica mit dem und dem und dem. Schlimm, schlimm, schlimm. Genauso wie bei der Umarmung, man gleich mal sagt, na, TH3 links rotiert. Aber gut, jede Berufsgruppe hat so ihre Eigenheiten. Das stimmt. Du hast ja auch diese Topografie am Rücken entwickelt. Also, oder nicht entwickelt, sondern du machst die ja immer und du lehrst die ja auch in deiner Ausbildung. Dieses, ich finde das dann immer ganz spannend. Ah ja, hier der Bereich und ah ja. Ja, das sind Reflexzonen-Topografien. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Ich habe jetzt meine eigene, weil ich ein eigenes Bedürfnis hatte, nämlich ich wollte eine Topografie, die mir nicht sagt, was da so alles mit im Geschäft ist, irgendwie ein Stück weit, sondern wo mir der Rücken tatsächlich explizit sagt, welches Organ ist verursachend schuld. Also, wenn einer mit Magenbeschwerden kommt, dass dann nicht die Magenzone kommt, sondern dass zum Beispiel die Gallenzone auftaucht, wenn die Magenbeschwerden von der Galle kommen. Also, wir haben es oft gegengeprüft, der Praxis, Unterricht und so weiter. Wenn man es vergleicht mit Ohr-Reflexzonen-Deutung, mit Fußreflexzonen oder Hädchenzonen und so weiter. Die anderen, die zeigen unterschiedslos die betroffenen Organe und die verursachenden Organe. Das ist natürlich auch toll und für die Therapie natürlich auch super, aber ich hätte halt gern gehabt und dann habe ich danach gesucht, diese Art der Topografie und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass einem der Rücken erzählt, welches Organ ist verursachend schuld. Das ist natürlich praktisch. Das ist total praktisch, weil ich mir nämlich gerade überlege, wie toll wäre das? Stell dir vor, du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20, bist auf der Suche nach deinem Partner fürs Leben, für den Vater deiner Kinder und dann gehst du so irgendwo umher und befühlst erstmal die Rücken und dann weißt du, oh, Cholerika, nee, lassen wir mal. Naja, da reicht der Blick ins Auge. Achso, ja gut. Das geht nicht einfacher. Das müssen wir dann nochmal lernen, glaube ich. Aber Gott sei Dank sind wir nicht mehr Anfang 20. Ja, man braucht ja nur ein bisschen provozieren und schauen, wie die Reaktion ist. Ah, das stimmt. Ich empfehle es ja auch für die Anamnese in der Praxis. Jetzt Praxisbeispiel. Man fragt, na und wie ist ihr Durst und Appetit? Aha, vertragen sie alles? Und so mit der Verdauung, Stuhlgang klappt? Gut, was heißt es von Atomkraftwerken? Und jetzt Phlegmatiker und Melancholiker, die sitzen mit offenem Munterhaar, Atomkraftwerken, die können diese plötzliche Wendung nicht mitmachen. Sanguiniker wahrscheinlich schon, aber Choleriker, die werden sofort darauf antworten. Also dieses Schnelle um die Ecke und folgen können, da kann man es rauskriegen. Oder einfach mal ausbremsen, einfach bremsen und gucken, was passiert. Ein Choleriker, der wird nicht krank durch Stress. Ein Choleriker wird durchs Ausgebremstsein krank. Es gibt übrigens auch Handformen. Andere Handformen aus der Chiromanie heißt es ja, auch da kann man ablesen, ob jemand ein Choleriker ist. Die sogenannte Spatelform des Handrumpfs. Also vorne breiter als, weiß nicht, ob man es sehen kann. Also der Teil oben breiter als unten, da muss man ein bisschen üben, weil scheinbar schaut es immer so aus. Ja, ja, bei dir ist das auch so. Es gibt, gibt es das nicht sogar an der Schule? Also weil ich finde es wahnsinnig interessant. Ich hatte nur leider nie die Zeit, mich da ordentlich reinzuknien. Diese Handdiagnose ist schon mal auch sehr schön. Ich glaube, da kann man nämlich zum Beispiel auch sehr viel der Gründe rauslesen, die Frustration treiben, so für den Psychogramm. Also wie ist die Anlage, wie ist die Verwirklichung? Diese Diskrepanz kann man direkt an den Händen ablesen, wenn man es kann. Ich erahne, dass man es kann. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich das. Ja, das ist toll. Das kannst du bei uns auf jeden Fall mal machen. Also ich stelle dir meine Hand auf jeden Fall zur Verfügung. Ach so, ja. Ja, also ich finde das ja so toll. Ich war neulich, da saß ich bei unserer Ernährungsberaterausbildung mit drin, kurz, und habe mal ein bisschen reingehört, da war gerade Ayurveda. Und da ging es nämlich auch um die verschiedenen Typen, also hier um diese Doshas. Ja. Das ist super. Das ist ja so spannend, einfach zu gucken. Und ich habe immer nur, ich sage es immer nur, lass mich Kaffa sein, lass mich Kaffa sein. Weil dann kannst du ja alles essen. Das ist ja super. Ich meine, eigentlich, weil ich das auch gesagt habe, ich hoffe, ich bin Kaffa. Und sie sagt, du bist, glaube ich, die Erste, die das sagt. Weil alle wollen immer so schön luftig und so schön schlank sein. Und ich habe nur gesehen, was man da alles essen darf und was man bei den anderen nicht essen darf. Das ist ja schon fast eine Diagnose, wenn du sagst, aha, bitte, bitte, lass mich Kaffa sein. Ich frage gerne im Unterricht auch so zum Üben, na, was essen Choleriker besonders gerne? Und dann, na gut, Vorzug Richtung Lammbraten und so weiter. Stimmt schon, aber nicht wirklich. Das Einzige, was Choleriker durch die Bank alle gerne essen, ist viel. Choleriker essen vor allem viel. Und es muss hochkalorisch sein. Feuer lebt durchs Verzehren. Genau so sind sie. Und wenn einer davon träumt, oh, ich möchte Kaffa sein, was ich dann alles essen darf. Das muss ja ein Choleriker sein. Okay, ich glaube, wir zwei haben uns jetzt heute mal ordentlich geoutet. Aber das Thema Essen kann... Nein, nein, wir sind ja keine typischen Choleriker oder was auch immer. Wir sind geläuterte Choleriker. Ich dachte, wir sind so eine Mischform. Das erkennt man ja so gar nicht richtig. Wir sind viel zu nett und wir sind auch gelassen manchmal. Von daher sind wir nicht so repräsentativ. Ich habe mich vorher auch sehr anstrengen müssen, da so rumzuzicken auf diese cholerische Art. Und eigentlich sind wir schlechte Beispiele, weil wir so geläutert sind, oder? In unserem Alter, da kommt die Altersmilde. Wir sind da gar nicht so repräsentativ. Nee, nee. Ich frage mal hier rum. Ich glaube... Ja, das Einzige, wo sich ein Choleriker nicht verstecken kann, das ist bei der Arbeit. Da kann man sich also so verformen und als Phlegmatiker daherkommen. Vielleicht so ein bisschen dick sogar und rauschebart und ganz gemütlich. Und da muss man fragen, na und in der Arbeit, wie schaut es da aus? Sind da nicht alle irgendwie so ganz merkwürdig, langsam und unbeholfen? Ja, genau, ja, genau. Und dann hatten wir es schon wieder. Aber Gott sei Dank. In der Arbeit war erkennt man sich. Und wenn du in deinem Umfeld in der Arbeit nachfragst, na klar, werden die sagen, oh, unerträglich, mei, die nörgelt rum. Und dann triebst du ein und immer geht es so langsam. Ich fasse es nicht. Das muss ich hier zum Glück nicht fragen, weil hier sind alle super. Gott sei Dank. Bei uns läuft es ganz toll. Da bin ich auch sehr glücklich. Ja, also das könnte ich eigentlich wirklich nochmal, das muss ich jetzt auch, glaube ich, mal sagen. Ja, vielleicht gehe ich gleich mal rum und sage mal allen, wie toll sie sind. Ich finde, das ist auch schön. Ja, das ist jetzt wieder untypisch für einen Choleriker, der will Leistung sehen. Aber loben ist jetzt auch gar nicht so typisch. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem von dem Choleriker, dass er nicht aufhören kann. Ja, natürlich. Er ist noch beim Reden. Und vor allem, also wir haben jetzt keinen Zielpunkt und dann wird es ganz schlimm. Ja, also wir könnten jetzt hier noch drei Stunden weiter reden, aber das machen wir nicht. Das ist ja auch lustig. Oder eben über Partnerschaften, wie hält man es aus mit einem Choleriker? Wer passt mit einem Choleriker? Ist das Leben ohne Choleriker möglich? Oder ist ein Leben ohne Choleriker möglich? Und noch viel mehr Fragen. Aber vielleicht. Das sind viele Fragen. Wie machst du es zum Beispiel mit deinen Kindern? Wenn du ein Choleriker-Kind hast, bist du selber Choleriker. Wenn du dafür aber dann auch noch ein zweites phlegmatisches Kind hast oder ein sanguinisches oder was weiß ich. Heidelore. Da geht es auch. Ja, das ist schwierig. Da wird es immer auf Kosten von einem gehen. Außer man ist ein ganz geschickter, virtuoser, diplomatischer Pädagoge. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist sehr schwer. Ich glaube, das ist aber auch sehr schwer hinzukriegen. Also entweder sind sie alle aus einem Guss oder der Postbote war es. Naja, manchmal verteilt sich, finde ich, das Genmaterial aber auch ziemlich gleichwertig in zwei verschiedene Teile. Ja, so ist es. Naja, gut. Aber in diesem Sinne. Wie gesagt, wir könnten weiterreden bis wahrscheinlich morgen früh. Das machen wir nicht. Wir haben nämlich noch viel vor, wie die Choleriker das so haben. Wir haben nämlich jetzt hier Termine. Termine, Termine, Termine. Und daher machen wir jetzt hier für heute Schluss. Wir freuen uns, wenn Sie sich den Podcast bis zum Ende angeschaut haben. Und wenn Sie jetzt in der Hälfte gesagt haben, mein Gott, aber die beiden hier, das höre ich mir jetzt nicht weiter an. Und freuen sich, wenn Sie ein gelassenes Temperament haben. Es ist nicht immer ein Spaß, cholerisch zu sein, diese Arbeit permanent. Gelassenheit und die seelische Wärme, die die anderen Temperamente mitbringen, die macht das Leben doch sehr viel gemütlicher. Gut, dass wir alles mit Schwommen sind. Also wir wünschen Ihnen einen unglaublich gelassenen, entspannten Tag. Und wie sagt der eine Mönch, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das sagen meine Kinder zu mir jeden Morgen, wenn ich heftig bin. Also insofern, es hilft schon, außer dass man dann noch aggressiver wird. Ja, dann. Also in diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie, wie gesagt, irgendwelche Ideen haben, worüber wir uns unterhalten können, immer gerne her damit. Wir freuen uns auf Anmerkungen, Feedback. Wie gesagt, schlechtes Feedback nur an Christian, bitte. Für mich die netten Sachen. Und dann bis bald. Die Themen müssen auch nicht immer sinnvoll sein. Sie können auch ein bisschen absurd sein. Wir kommen mit allem klar. Und bis bald. Da bin ich gespannt. Also Christian, auf jeden Fall. Ich rede dann einfach nichts. Also, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.